Ich will ja jetzt wirklich nicht angeben, aber es war echt cool, wie ich alle Camper vor den Rubus Voticosis gerettet habe. Na, vor den Dornzweigen. Ich bin mit der Gattung vertraut. Es ist nur seltsam, dass du sagst, du hättest sie gerettet. Ich dachte, ich war das. Ja, aber ich habe dich davor bewahrt, vom Steg zu fallen, sodass du sie retten konntest. Also genau genommen war ich der Retter. Es war wirklich schön, dich kennenzulernen. Oh, oh. Was? Das klingt irgendwie nach Abschied. Und ich hatte gehofft, wir verbringen noch ein bisschen Zeit miteinander. Vielleicht gehen wir mal essen oder in einen Film. Ja, das fände ich auch sehr nett. Oh, gut. Ich habe gehofft, dass du das möchtest. Oh, äh, entschuldigt. Ich muss Timber kurz entführen. Ich muss ihm unbedingt ein paar Sponsoren vorstellen. Sie waren gute Freunde von Mom und Dad. Schenk mir einen Tanz, okay? Oh, okay. Uh-huh.